16d. So wirst du wissen, dass wir stets die Freunde der Roten Männer gewesen sind. Kein Indianer kann sagen, dass wir ihm unbeleidigt entgegengetreten sind. Ja, wir haben oft auf unsere gerechte Rache verzichtet und verziehen, wo wir hätten strafen sollen. Warum verfolgt ihr uns? Weil ihr die Freunde unserer Feinde seid. Das ist nicht wahr. Der große Wolf hat uns gefangen genommen, ohne dass wir ihm die geringste Feindseligkeit erwiesen hätten. Er trachtete uns wiederholt nach dem Leben und brach mehrere Male sein Wort. Um unser Leben zu retten, mussten wir uns gegen die Utas wehren. Habt ihr nicht im Walde des Wassers den alten Häuptling niedergeschlagen und andere Häuptlinge und Krieger mitgenommen? Wieder nur, um uns zu retten. Und jetzt befindet ihr euch bei den Navajos und Timbabatschen, welche unsere Feinde sind. Aus Zufall! Wir wollten nach dem Silbersee und trafen hier auf sie. Wir hörten, dass es zum Kampf zwischen euch und ihnen kommen werde und beeilen uns, Frieden zu stiften. Wir wollen Rache, aber keinen Frieden und aus euren Händen am allerwenigsten. Ob ihr ihn annehmt, das ist eure Sache. Wir halten es für unsere Pflicht, ihn euch anzubieten. Wir sind Sieger. Bis vorhin, aber nun nicht mehr. Ihr seid schwer gekränkt worden, das wissen wir. Aber es ist ungerecht von euch, euch an Unschuldigen zu reichen. Unser Leben hat wiederholt auf dem Spiele gestanden. Wäre es auf euch angekommen, so wären wir längst am Marta-Pfahle gestorben, wie die anderen Bleichgesichter im Tale der Hirsche. Was wüsst ihr davon? Alles. Wir haben ihre Leiber begraben. So warst du dort. Ja, wir waren mitten unter euch. Wir haben gehört, was die Utas sprachen und gesehen, was sie taten. Wir standen unter den Bäumen, als die Navajos kamen und sahen, dass ihr sie von dannen getrieben habt. Das ist unmöglich, das ist nicht wahr. Du weißt, dass ich nicht lüge. Fragt die Häuptlinge der Utas, welche dabei gewesen sind. Wo sollen wir sie fragen? Sie sind verschwunden. Wohin? Wissen wir es? Sind sie von den Navajos getötet worden? Nein, wir glaubten es, aber wir fanden ihre Leiber nicht. Dann glaubten wir, sie seien gefangen. Aber wir haben die Navajos hart verfolgt und keinen einzigen Gefangenen bei ihnen gesehen, während viele von ihnen in unsere Hände geraten sind. Die Häuptlinge der Utas befinden sich nicht bei den Navajos. Aber verschwunden können sie doch nicht sein. Der große Geist hat sie zu sich genommen. Nein, der große Geist mag von so treulosen und verräterischen Männern nichts wissen. Er hat sie in unsere Hände gegeben. In eurer Hände? Ja, in die Gewalt der Bleichgesichter, welche ihr verderben wolltet. Deine Zunge ist falsch, sie spricht solche Worte, um uns den Frieden abzuzwingen. Ja, ich will und werde euch den Frieden abzwingen. Ich sage die Wahrheit. Als wir des Abends im Tale der Hirsche bei euch waren, haben wir die drei Häuptlinge gefangen genommen. Ohne dass ihre Krieger es merkten? Niemand konnte es sehen oder hören. Wir haben sie niedergeschlagen, ohne dass sie ein Wort zu sprechen vermochten. Nennt man mich nicht Old Shatterhand? Es ist nicht wahr. Man sollte euch sehen müssen. Es gibt im Tale der Hirsche ein Versteck, welches wir kennen, aber nicht ihr. Ich will dir beweisen, dass ich die Wahrheit spreche. Was ist das? Er zog einen schmalen Riemen aus der Tasche, welcher mit walzenförmig geschnittenen Knöpfen aus der Schale der Venusmuschel besetzt war und hielt ihm denselben vor das Gesicht. Uff, sagte der alte Donner erschrocken, der Wampoon der gelben Sonne, ich kenne ihn genau. Und dieser hier? Er brachte einen zweiten Riemen hervor. Der Wampoon des Häuptlings Vierbüffel, auch den kenne ich. Und dieser dritte Wampoon, als er auch noch einen dritten Riemen zeigte, wollte dem Alten das Wort im Munde stocken. Er machte eine Bewegung des Entsetzens und stieß in abgerissenen Sätzen hervor. Kein Krieger gibt sein Wampoon her. Es ist ihm heilig über alles. Wer den Wampoon eines anderen besitzt, hat denselben getötet oder gefangen genommen. Leben die drei Häuptlinge noch? Ja, wo sind sie? In unserer Gewalt gut aufgehoben. Am Silbersee? Du fragst zu viel. Bedenke, wer sich außer ihnen noch bei uns befindet. Es sind lauter Häuptlinge und tapfere Krieger, welche später ganz gewiss Häuptlinge werden. Was wollt ihr mit ihnen tun? Leben gegen Leben, Blut gegen Blut. Macht Frieden mit den Navajos und Timberbatschen, so geben wir die Gefangenen heraus. Auch wir haben Gefangene gemacht. Tauschen wir sie um, Mann für Mann. Hältst du mich für einen Knaben, dass du meinst, ich wisse nicht, dass man einen Häuptling für wenigstens 30 Krieger austauscht? Überlege dir meinen Vorschlag und denke, dass es besser ist, die Freiheit dieser Anführer zu erhalten, als noch 100 oder 200 Feinde umzubringen. Und dem Beute rechnest du nicht? Beute? Schwa! Von Beute ist keine Rede, denn ihr werdet keine machen, weil ihr nicht wieder siegen werdet. Jetzt stehen wir euch gegenüber, 50 weiße Jäger. Wir sind die Gefangenen der Utas gewesen und haben ihrer doch gelacht. Sie mussten uns gehen lassen und uns sogar ihre Häuptlinge mitgeben. Das taten wir, als wir gefesselt und in Banden lagen. Was werden wir vermögen, wenn wir frei und ungehindert sind? Ich sage dir, wenn du nicht deinen Frieden mit uns machst, so werden die wenigsten von euch ihre heimatlichen Wigwams wiedersehen. So werden die wenigsten von euch ihre heimatlichen Wigwams wiedersehen. Man sah es dem alten Donner an, dass diese Vorstellung nicht verfehlte, Eindruck auf ihn zu machen. Er blickte finster zur Erde nieder. O Shatterhand fuhr fort, um die Wirkung seiner Worte zu erhöhen. Eure Häuptlinge trachteten uns nach dem Leben. Sie gerieten in unsere Hände und wir hatten nicht nur das Recht, sondern sogar, um sie unschädlich zu machen, die Pflicht, sie zu töten. Wir haben es nicht getan, weil wir es gut mit ihnen und euch meinen. Wenn wir euch jetzt zum Frieden raten, so ist das ebenso gut mit euch gemeint, denn wir wissen genau, dass wir euch schlagen werden. Entschließe dich, ehe es zu spät ist. Da stand Old Firehand auf, reckte und streckte gelangweilt seine gigantische Gestalt und sagte, Schau, wozu die Worte, wenn wir Waffen haben? Der alte Donner mag uns schnell sagen, ob er Frieden will oder Krieg. Dann wissen wir, woran wir sind und werden ihm geben, was ihm gehört. Leben oder Tod? Das wirkte schnell, wenigstens kam sofort eine Antwort. So schnell können wir uns nicht entscheiden. Warum nicht? Seid ihr Männer oder Squaws? Wir sind keine Weiber, sondern Krieger, aber wir müssen erst mit unseren Leuten reden. Wenn ihr wirklich Häuptlinge seid, so ist das gar nicht nötig. Ich sehe, ihr wollt Zeit gewinnen, um euch irgendeine Hinterlist auszusinnen, wie das so eure Gepflogenheit ist. Aber keine Klugheit wird euch gegen unsere Fäuste helfen. Old Firehand mag ruhig sprechen, wie wir ihm ruhig antworten. Die Manne ziemt nicht, wallendes Blut zu haben. Wir werden gehen und überlegen, was zu tun sein wird. So bedenkt, dass es in einer halben Stunde Nacht sein wird. Wir können euch auch des Nachts sagen, was wir beschlossen haben. Wer sprechen will, ihr oder wer, mag einen Schuss abfeuern und dann laut rufen. Man wird ihm antworten. Ich habe gesprochen. Hau! Er stand auf, neigte leise den Kopf und entfernte sich. Die anderen folgten seinem Beispiele. Nun sind wir gerade so klug, als wie zuvor, zürnte Old Firehand. Mein Bruder hat zu zornig gesprochen, sagte Winnetou in seiner milden Ruhe. Er hätte Old Shatterhand weiterreden lassen sollen. Der alte Donner war nachdenklich geworden und stand schon im Begriff zur Einsicht zu kommen. Firehand schien die Wahrheit dieses Vorwurfes einzusehen, denn er entgegnete nichts. Als sie bei den anderen ankamen, wurden sie von dem langen Ohr mit der Frage empfangen. Es waren vier Uters. Warum ging dir nur zu dreien? Weil wir Männer genug waren, antwortete Old Firehand unwirsch. Es gab noch andere Männer. Auch ich bin ein Häuptling. Ich gehörte zur Beratung gerade so gut wie ihr. Es ist genug Unnütz gesprochen worden. Wir brauchten nicht noch einen vierten. Das lange Ohr schwieg. Aber wäre sein Gesicht nicht mit Farbe beschmiert gewesen, so hätte man ihm angesehen, wie er sich ärgerte. Er befand sich überhaupt in schlechter Laune. Er war von Droll blamiert worden, ohne seinen Groll darüber laut werden zu lassen. Und so dann hatte auch Old Shatterhand ihn durch die Verhinderung des Skalpierens vor seinen Leuten schwer beleidigt. Der Häuptling war ein Feigling, welcher nicht den Mut besaß, offen zu widerstreben. Aber der Zorn, den er nicht sehen ließ, saß in seinem Innern umso fester. Es begann zu dämmern und wurde dann Nacht. Zwar war nicht anzunehmen, dass die Utas einen Angriff wagen würden, aber es mussten dennoch Maßregeln getroffen werden, einen etwaigen Überfall zu vereiteln. Man musste Wachen ausstellen. Das lange Ohr erbot sich freiwillig, das mit einigen seiner Leute zu übernehmen, und es konnte ihm nicht abgeschlagen werden. Aber um nicht zu versäumen, wies Old Shatterhand ihm und den betreffenden Timberbatschen ihre Plätze an und schärfte ihnen ein, ja nicht weiter vorzudringen. Es waren mit dem Häuptlinge fünf Mann, welche eine Linie quer über den Canyon bildeten. Das lange Ohr befand sich auf dem äußersten rechten Flügel. Old Shatterhand legte sich auf die Erde und kroch vorwärts, um vielleicht die Utas zu belauschen. Es gelang ihm in kurzer Zeit und vollständig, obgleich sie drei Posten ausgestellt hatten, von denen er aber nicht bemerkt wurde. Er wagte es sogar, zwischen ihnen hindurchzukriechen, und sah dann, dass die Feinde sich da, wo der Canyon plötzlich breiter wurde, dicht neben und hintereinander, quer über denselben gelagert hatten. Er kehrte befriedigt zurück. Das lange Ohr hatte gesehen, das der Jäger rekognoszierte. Es ärgerte ihn, dass man ihm das nicht anvertraut hatte. Er, der Häuptling eines roten Stammes, verstand es jedenfalls viel besser als so ein Bleichgesicht. Der Groll in ihm nagte weiter und weiter. Er wünschte, in diesem Weißen zeigen zu können, dass er eine wichtige Person sei, welche man nicht umgehen dürfe. Wie nun, wenn die Roten etwas im Schilde führten und es ihm gelängten, dies zu erlauschen. Dieser Gedanke ließ ihm keine Ruhe und endlich beschloss er, ihn auszuführen. Er kroch vorwärts, weiter und weiter. Aber es war nicht so leicht, wie er es sich vorgestellt hatte, denn das Steingeröll lag nicht fest. Es bewegte sich unter seinen langen Gliedern, darum musste er seine Aufmerksamkeit mehr unter sich als vor sich richten. Wieder kollerte unter ihm ein Stein. Neben ihm tauchte etwas Dunkles auf, vor ihm auch. Zwei kräftige Hände legten sich ihm wie Eisenklammern um den Hals. Zwei andere hielten seine Arme an den Leib. Sein Atem stockte und er verlor die Besinnung. Als er wieder zu sich kam, lag er zwischen zwei Männern, welche ihm die Spitzen ihrer Messe auf die entblößte Brust hielten. Seine Glieder waren gefesselt und in seinem Munde steckte ein Knebel. Er machte eine Bewegung, welche von einem Dritten, der ihm zu Häupten saß, bemerkt wurde. Und dieser sagte mit leiser Stimme, indem er ihm die Hand auf den Kopf legte, »Wir haben das lange Ohr erkannt. Ich bin der alte Donner. Wenn das lange Ohr klug ist, wird ihm nichts geschehen. Ist er aber unklug, so wird er die Messer kosten, welche er auf seiner Brust fühlt. Er mag mir durch ein Nicken mit dem Kopf zu erkennen geben, ob er meine Worte hört.« Der gefangene Häuptling gab das gewünschte Zeichen. Er lag hier zwischen Leben und Tod, und es verstand sich ganz von selbst, dass er das Leben wählte. Es überkam ihn eine große Genugtuung bei dem Gedanken, dass es ihm jetzt möglich sei, sich an den stolzen, eingebildeten Weißen für die ihm widerfahrene Zurücksetzung und Beleidigung zu reichen. Das lange Ohr mag mir ferner zu verstehen geben, ob er nur leise sprechen will, wenn ich ihm den Knebel aus dem Munde nehme, fuhr der andere fort. Der Aufgeforderte nickte wieder, und sofort wurde der Knebel entfernt, doch warnte der alte Donner, »Wenn du ein lautes Wort sprichst, wirst du sterben. Willst du dich aber mit mir verbünden, so soll dir alles verziehen sein, und du wirst Teil an unserer Beute haben. Antworte mir!« Beute! Bei diesen Worte kam dem Timberbatschen ein Gedanke, ein großer, ein kostbarer Gedanke. Er hatte ein Gespräch zwischen dem Großen und dem Kleinen Bären belauscht, ein Gespräch, welches ihm noch jetzt Wort für Wort im Ohre klang. Beute! Ja, Beute sollte es geben, Beute, wie sie noch nie nach einem Kampfe ausgeteilt worden war. Von diesem Augenblicke an war er der Sache der Utas mit Leib und Seele ergeben. »Ich hasse und verachte diese Weißen,« antwortete er. »Wenn du mir hilfst, so werden wir sie vernichten. Und den Bären auch? Ja, doch meine Krieger sollen leben bleiben. Das verspreche ich dir. Warum aber warst du vorher mein Feind? Weil ich das noch nicht wusste, was ich heute weiß. Die Bleichgesichter haben mich so beleidigt, dass ich ihr Blut sehen muss. Diese Rache soll dir werden. Ich werde bald sehen, ob du es ehrlich mit mir meinst oder mich betrügen willst. Ich bin dir treu und werde es dir beweisen, besser und vollkommener, als du jetzt ahnen kannst. So sage mir zunächst, ob es wahr ist, dass die Bleichgesichter unsere Häuptlinge als Gefangene bei sich haben. Es ist wahr, ich habe sie gesehen. So sind diese Hunde mit dem bösen Geiste im Bunde, sonst wäre es ihnen nicht gelungen, was jedem anderen Menschen unmöglich ist. Wo befinden sich die Häuptlinge der Utas? In dem Hause, auf der Insel des Sees. Von wem werden sie überwacht? Von einem einzigen Bleichgesichter und einem Mädchen, welches seine Tochter ist. Ist das wahr? Ein einziger Mann und ein Mädchen halten so viele tapfere und berühmte Krieger fest. Du lügst. Ich sage die Wahrheit, du musst bedenken, dass die Gefangenen gefesselt sind. So will ich es glauben. Das ist auf der Insel. Wie viele Krieger aber befinden sich am Ufer? Keiner. Mensch, wo ist dein Verstand? Keiner. Die Weißen und meine Timberbatschen waren da, sonst niemand und diese alle waren nach dem Canyon geritten, um gegen euch zu kämpfen. Welche Unvorsichtigkeit! Und das soll ich für Wahrheit halten? Es ist keine Unvorsichtigkeit, denn diese Hunde halten dich für unschädlich, weil es ihnen unmöglich scheint, dass du ohne ihr Wissen nach dem See kommen kannst. Ist das denn möglich? Ja! Gerade dadurch kann ich dir beweisen, dass ich es ehrlich mit dir meine. Uff! Der Weg in diesem Canyon hinauf ist nicht der einzige. Es gibt noch einen anderen. Ja! Wenn du willst, werde ich dich führen. Wo ist dieser Pfad? Eine Strecke abwärts. Von hier liegt zwischen zwei Felsensäulen eine Spalte, durch welche man über eine Höhe in einen tiefen Felsenkessel gelangt, aus dem ein Hohlweg nach dem See führt. Ich bin diesen Weg mit dem großen Bären geritten. Und am See sind wirklich keine Krieger? Nein! Wenn nicht die 200 Navajos indessen gekommen sind, welche noch erwartet werden. Sie sind noch nicht da, denn sonst wären sie sofort hierher nach den Canyon geeilt, um gegen uns zu kämpfen. Wie lange braucht man, um von hier aus auf diesem anderen Wege nach dem See zu gelangen? Drei Stunden. Das ist viel, sehr viel. Aber der Lohn ist groß, es fallen dir alle Feinde in deine Hände, du befreist deine Häuptlinge und Krieger und... Er stockte und... Sprich weiter. Und außerdem findest du eine Beute, wie es noch niemals eine gegeben hat. Eine Beute, bei den Navajos, du meinst ihre Pferde und Waffen, denn weiter ist bei ihnen nichts zu finden. Ich spreche nicht von den Navajos, sondern von den beiden Bären und ihrem Silbersee, auf dessen Gründe ungeheure Reichtüme aufbewahrt liegen. Gold, Silber und edle Steine in großer Menge. Wer hat dir das weiß gemacht? Niemand! Ich habe es von den beiden selbst gehört. Ich lag des Abends im Dunkel unter den Bäumen. Sie kamen und blieben ganz in meiner Nähe stehen, ohne zu wissen, dass ich mich dort befand. Da sprachen sie von diesem ungeheuren Schatze. Wir sind dieselben in den See gekommen. Ein Volk, welches vor langer Zeit hier wohnte und unterjocht wurde, hat sie dort aufbewahrt. So sind sie wohl längst verdorben und wie könnte man sie hier raufbekommen, wenn sie auf dem Grunde des Meeres liegen. Man müsste ihn ausschöpfen. Nein, da, wo jetzt der See ist, hat früher ein trockenes Tal gelegen. Jenes Volk hat einen Turm gebaut, dessen Spitze jetzt die Insel ist. Von diesem Turme aus wurde ein fester, hohler Gang gebaut, welcher über das Tal hinlief und da endete, wo jetzt der Canyon beginnt. Dann errichtete man einen starken, breiten Damm, damit das Wasser nicht mehr nach Norden ablaufen könne. Das Tal füllte sich mit Wasser und wurde zum See, aus welchem nun die Spitze des Turmes als Insel ragt. Als er voll war, lief sein Wasser nach Süden ab. Das Ende des Ganges aber wurde durch Steine verdeckt. Das soll alles wahr sein? Vollständig wahr. Ich habe mich überzeugt, die Steine heimlich entfernt und den Gang gefunden. Da, wo er beginnt, liegen Fackeln, welche notwendig sind, um den Gang zu erleuchten. Dieser führt auf dem Grunde des Sees hin nach der Insel, dem Turme, in dessen untersten Stockwerke die Schätze liegen. Dieser Gang ist zugleich da, um das Wasser abzulassen und etwaige Feinde zu verderben, welche sich im Canyon befinden. Man öffnet eine Stelle des Ganges, das Wasser dringt ein und ergießt sich in den Canyon und alles, was in demselben ist, muss ersaufen. Off, das wäre etwas für uns, wenn wir die Bleichgesichte ersaufen lassen könnten. Das darf ich nicht zugeben, weil meine Timber Batschen mit ertrinken würden. Das ist wahr, aber wenn alles sich wirklich so verhält, wie du sagst, so sind die Weißen ohne dies verloren. Es wird sich finden, ob du es aufrichtig meinst. Willst du uns jetzt nach dem See führen? Ja, ich bin sehr gern bereit dazu, aber welchen Teil der Reichtümer werde ich bekommen? Das werde ich bestimmen, sobald ich mich überzeugt habe, dass du mir die Wahrheit gesagt hast. Ich werde dich jetzt losbinden und dir ein Pferd geben lassen, aber beim geringsten Versuch zur Flucht bist du verloren. Der Häuptling gab seine Befehle mit leiser Stimme. Bald saßen alle Utas im Sattel und ritten den Canyon zurück, erst natürlich mit der größten Vorsicht, um kein Geräusch zu verursachen. Sie erreichten die Stelle, an welcher die Weißen aus dem Canyon nach dem Felsenkessel abgebogen waren und folgten derselben Richtung. Der Ritt war jetzt des Nachts noch viel beschwerlicher als am Tage, aber die Roten hatten wahre Katzenaugen und auch ihre Pferde fanden sich leicht zurecht. Es ging die schiefe Ebene hinauf, drüben in den Kessel hinab und dann in die Felsenenge hinein, genau auf demselben Wege, den die Weißen geritten waren. Die letzte Hälfte des Rittes wurde dadurch erleichtert, dass der Mond aufgegangen war. Der Weg lag nicht tief und wurde ziemlich hell beschienen. Genau nach der Schätzung des langen Ohres waren drei Stunden vergangen, als die Utas da ankamen, wo die Bäume begannen. Sie hielten an und schickten einige Kundschafter vor, welche erforschen sollten, ob man weiter könne. Sie hatten sich ungefähr fünf Minuten entfernt, als ein Schuss und gleich darauf noch einer fiel. Nach kurzer Zeit kehrten sie zurück, indem sie einen von ihnen getragen brachten. Er war und wieder auf den Kessel. Untertitelung des ZDF, 2020